Heute ist Black Friday und leider machen immer noch so viele mit. Wer uns kennt, der weiß, wir geben einen Fick auf Black Friday und auf die Shops, die sich dafür verhuren. Am Stichtag des Hyperkonsums machen wir den Laden dicht, kappen die Drähte zur Welt und schwingen uns auf unserer Höbel der Sonne entgegen. Fuck Black Friday. Doch in Corona-Zeiten, in denen Menschen aus unserer Nachbarschaft seit Monaten ohne Job sind, Aufträge ausbleiben und ein Geschäft nach dem anderen die Türen für immer schließen muss. In einem Wirtschaftssystem, in dem vor allem die überleben, die einen Scheiß auf andere geben, jene, die keine Skrupel haben, sich weiter zu bereichern, obwohl es ihnen schon gut geht. Wenn sowas abgeht, können wir uns nicht einfach abkapseln. Wir schauen nicht weg, während jene, die ohnehin schon keine Anerkennung erhalten und schlecht verdienen, jetzt auch noch Job und Perspektive verlieren. Unser Shop ist heute am Black Friday Offline. Heute gibt es nichts zu kaufen, nichts zu shoppen. Denn die besten Dinge auf der Welt sind umsonst. You know? Dafür spenden wir morgen, Samstag und am Sonntag 10% unseres gesamten Umsatzes der Aktion Fair Friday von Caritas Schweiz. Wir, die als Töffli-Fans genau wissen, was es heißt, eine Gemeinschaft zu sein, möchten für die einstehen, die durch die Maschen des Sozialsystems fallen und nicht von der Gemeinschaft aufgefangen werden. Wer möchte, kann unsere Spende erhöhen. Einfach beim Produkt I Fuck Black Friday 2 den gewünschten Betrag eingeben. Teile unsere Aktion auf Social Media. Wir freuen uns auf deinen Kommentar. Es ist geil, eine Community wie euch zu haben, mit dem Herz am rechten Fleck. High Five, euer MOFA Kult.